Pashas Erma Tufchi in Ayan Dalat aber auch wenn jeder dort kann, in der Köln der Kirche zu verletzen, wird in der Kirche nicht schwach und jeder ist hier im Kopf. Wir kommen jetzt so, dass der Mensch der Kirche ist und der Kirche ist. Viele Tage sind in der Kirche, die sich in der Kirche befinden, so die Kirche schicken wir uns immer so zadeg wie der Wumme, also nicht nur zadeg für seine Kirche, sondern auch die Kirche ist für die Kirche und Kirche. Er wurde so oft mit ein Stückchen Söd betochert worden, also nimmt sich ein Muschel warm. Man stellt sich vor, wenn der Tadik wohnt, wohnt in dem da, wohnt in dem da, wohnt in jenem da, sie wohnt gelebt länger, wie er hat gelebt, wohnt er doch weiter Mamschach gewesen in seiner Zeit. Bei Meile ist der Koiach von dem Tadik, das Meigen auf Deuer und Deuer ist. Bei Meile gibt es keine Ahnung, dass der Herr Graf, keine Ahnung, in Meiles' den Tadik freise ich in einem Teure und klein, aber die Cattis, da ist die Bewerbliche ein. Sie haben alle Teure, die Bewerbliche in der Tadik. Wir haben alle Teure, nicht aus Teure, aber nicht aus Teure, von dem die Bewerblichen nicht aus Teure ist, aber es gibt auch noch immer noch eine Teure und Teure, also haben diese Bewerbliche налiegt Nachfolger, der Bewerbliche in diesem Tadik, In dieser Nacht so lange hinein kommt doch jetzt so aus, also das ist es. Bei Meile sagt man, dass man die Hase, die Däulem aller Gitanne, man beiztet sich, so ein Luschen Twiller, also der Schein, Luschen Sehires, Lachtigkeit, also der Schiss von den Gehörnern ist hochgestellt auf Schiss, so was wäre es kein Gebäude, ein Gebäude, es ist automatisch ein Gehäuner, es hat nicht die Schiss allein gewöhnlich, es ist kein Gehäuner, es ist kein Gehäuner, aber es nimmt sich wie ein Gebäude, so was ein Gehäuner, an der Schwertenschein. Es ist auch ein Gehäuner, es kommt doch jetzt so aus, Lhase, die Däulem Gitanne, aber man beiztet sich an Lachten, die Schiss von der Friede, die Däulem auf die Kitanne, also viele sind nicht so groß, so wie ein Gehäuner, ich meinte dann, wenn es ein Schiss ist. Wir können uns nicht sagen, ob sie dort nein, also die Kitanne weißen sind Kitanne, sie halten sich nicht groß, denn Bachnur ist Wiese, du auch nur, steigt in München gleich durch Eschgen und Schall Riech, es du auch so schritten, so wie auch das Schiss, so was können wir arbeiten, wenn der, wo es beht, das Füße ist, es hält sich klein, aber Toma redet sich an, also er ist mir da ja, damals versteht sich gleich, dass es nicht so ist, bei Meile sucht alle Hase, die Däulem hat dann, und so sagen, gewohnt, aber viele, die weiße bis der Kurden, damals kennst du Chatschig behten, hat das Füße von der Däulem, so auf dem eigenen Namen, und so weiterhelfen Sieg, hier in der Däulem ist das Machen Deutsch. Das Füße von der Däulem ist das Füße von der Däulem, und so weiterhelfen Sieg, also man sucht auch das Äpfel und Falt und Schwarz von dem Bäum, als Fadier, Faschig, wie in der Hed von 100 Märiischen, das sind alle Bäume gewesen, pascht das, der Eids mit den Payer ist gewesen, dasselbe sagt, und heute gewesen ist gewohnt, mit Kielkel der Brier, von der originellen Schirmadrige, und so weiterhelfen sie, hoffentlich kommen sie wieder zu den Tagen. Dann bin ich Gottes froh, und dann sieht sie, Eidsche Tam und Eidsche Verpayer, also das Murschel, also Tatafir zugeschaut auf den Weg, denn sie bringen auch in den Kinder, und die Kinder gehen das selben Dach, weil das andere ist aber auch größer, sondern auch in den Weinen, aber sie gehen, Bruchen zu euch auf dem selben Dach, und dann sind sie Galah, sie Galah zu groß, die Kinder sind mit der Schuchere dauer. Das ist das Geschenkste, das ist das Schrauben, und daraus ist Hider, das ist Wahrheit, Wenn die Kinder und die Kindeskinder erfrieren sich auf seinem Weg, das ist die größte Nachricht, das ist die größte Huda. Wenn der Eiz in der Peir ist, auf demselben Tarm, sie gibt aus demselben Scheuer, sie lacht sich aus, das ist eine gewaltige Scheine Sache. Huda adorbe Elunim Schuhen und Schuhen ist der Essig. Was meint das? In allen Wetteren, in allen Zeiten, in allen Metrufen, in allen Metrufen, die Menschen in der Usse. Er hat sich wohnt, ihn hat sich wohnt. Er hat sich in allen Zeiten, im Winter, im Winter, im Frühjahr, im Spätejahr, er hat sich wohnt zwischen jeden an den Kibitz. Er macht sich in der Weg, er wartet, und er macht sich durch. Er wird nicht alles vor allem, und er darf sich auf der Vergangenheit warten. Er hat sich in allem entzündet. Er weiß, dass er beschärfen muss. Und das ist das Symbol, den wir in der Usse. Und alle Zeiten, alle Wettbewerden und Haltbewerden, sie essen. Und wenn sie die Preheizhude als die Teures glachen sie groß, und sie sind ehrlich gegründet, und wenn sie die Hude ist, ist ein Schein von allen. Deswegen soll die Menschen helfen, lasse die Däume getan haben, soll es sein Preheizhude, soll es scheinen Teures, scheinen Peires, und der Reich soll helfen, soll es sein, und der Reich soll es sein, und der Reich soll es sein, und der Reich soll es sein.